Wir haben heute Pfannkuchen gebacken und zwar in allen schönen Farben des Regenbogens. Denn daraus haben wir zusammen mit der passenden Creme dann eine Regenbogen-Pfannkuchen-Torte gestapelt. Dabei darf zum Schluss natürlich auch die passende Deko nicht feilen. Aus unseren konterbunden Kristallen haben wir nämlich noch den passenden Regenbogen gemacht. Sieht die nicht mega super aus?